Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Game of Thrones Folge 3. So, ich hab jetzt noch mal ein bisschen an den Einstellungen rumgeschraubt und ich hoffe, dass es sich jetzt einigermaßen besser anhört. Ich bin mir da nicht so sicher. Warum erzählt er das nicht mit Ethan? Warum erzählt er uns das jetzt nicht? Ich verstehe es nicht. Achso, wir wissen das schon. Das ist sehr interessant. Wann haben wir das denn erfahren? Ich weiß nicht, Herr Forrester. Do you recall Lord Forrester's last words to you? Just before he died, Gregor's final command, spoken to you in confidence. He said the North Grove must never be lost. Indeed. But first, it must be found. I've been reading his journals, scouring the legends for any clue what Lord Forrester knew. I think I've found the answer. He describes a fortification. A protected citadel of sorts, hidden from the world. One filled with great power. It was scattered among his notes. Almost an obsession. And you think it's north of the Wall? His notes suggest as much. And you must find it, Garret. The search won't be easy. But you're a Tuttle. Our Lord knew you wouldn't fail him. Somewhere north of the Wall. That's not a lot to go on, Uncle. How am I supposed to find him? The first chance you get to head north. Take it. And then? You leave the Night's Watch behind. Strike out on your own. Was? This is no small request I make. I know that. Uncle, that's desertion. The Night's Watch executes men who deserve it. Aber sowas von. Was? No. No, 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 no. Ah, das kann ich nicht tun. Das ist der Baum. Ah, das kann ich nicht tun. A page from our Lord's journal. But one he tore out and kept separate. Why? I don't know. It's a map. To the North Grove. Aye. Um. Hear the werewards whisper. This looks familiar. What is it, Garret? Talia gave me this. Before I left. Oh. Wait. Lord Forrester gave Ethan a similar one as well. Roderick too. I wonder. Look. There's a clasp. It must open. I had no idea this was inside. Another wereward. But why? Maybe it's a key. To solving the map. Hmm. A perfect fit. Maybe it's telling us where to look on the map. Das ist ja krass. Ähm. Warte mal. 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 Aufnehmen. Es muss ja etwas ungefähr so aussehen, oder? Noch ein. Da. Ich hab's. Aber ich will das nicht tun. Ich hab's. Es ist viel zu tun. Es ist viel zu tun. Die Leben der gesamten Haus. Herr, ich kann nicht verletzen. Ich kann es nicht tun. Ich verstehe deine Verletzung. Wenn du auf Ironrath hast, du sagst, dass du stark bist. Und du hast mehr als gebeten gebeten. Guds watch over dich. Du bist der Sonne ich nie hatte. Los geht's, Garid! Ich will nicht als Deserteur. Nee. Und dann dafür auch noch umgebracht. Na, der war gut. Achso, ich muss so gehen. Okay. Komischerweise sind die drei jetzt Best Friends, oder was? Das war ziemlich mysteriös. Ein strangerer arrives, und du hast ihn mitgebracht. Niemand hat gesagt, es war dein Junge zu suchen. Was wollte er? Es sieht aus, dass du zwei viel zu sprechen haben. Es muss wohl sehr wichtig sein, um zu Castle Black zu kommen. Es ist Castellan zu House Forrester. Sie verkaufen Ironwood für die Builders. Also, du warst nur über Lumber all das ganze Zeit. Es sieht aus, dass es dir etwas gab. Es war nichts. Los geht's und feiern. Du hast schon die Geheimnisse von deinen Brüdern, oder? Garid ist richtig. Die Wälder wird schlafen, bevor wir da hochkommen. Komm schon! Na, bleiben wir da oder zwitschen wir? Mirra! Mirra! Es gibt so viele Gäste, die schon kommen. Und habt ihr die Wälder-Decorationen gesehen, die in den Garten haben? Es ist so schön. Mirra Forrester, Königsmund. Du weißt, wir sind so glücklich, wie sie ist. Marjorie war nur eine Frau, als wir in Highgarten sind geholfen. Aber in nur ein paar Tage, wir werden eine Frau, in einer Royal Feast beherrschen. Wo wir stehen, werden wir alle sehen. Und alle können uns sehen. Wir haben sicherlich einen guten Weg gebracht. Haben wir? Ich wollte sagen, was ich gesagt habe, über meine Familie zu erzählen. Es bedeutet viel, dass das mit jemandem mit jemandem. Ich bin jemandem. Ich bin jemandem. Ich bin jemandem. Du musst sehr, wie du glaubst. Du musst auf dem hier zu insegnen. Es ist gefährlich, in der Falle sind. Ich werde sicherlich mehr beherrschung in der Zukunft. Ich werde sicher noch aufregend. Dann, du schaust. Da ist er. Der Lord Morgren? Nein, bei ihm. Der Lord Tarwic. Ich will nicht sein, dass ich eine Handmaidin für immer. Aber der Meryl bist du blind? Der Kohlenjunge Der Kohlenjunge Ich kann das gleiche sagen, Frau Meere. Aber ich bin hier für dich. Ich war in Fleabottom in der Nacht, als ich überrascht ein paar Lannister-Gaards über... Hh-h-h! Sie wissen schon, er ist weg. Wahrscheinlich ist er tot. Sie fragen sich die Leute, nach dem Körper. Bitte erzähl mir, dass du es ausgültest. Natürlich! Ich sagte, dass ich würde. Niemand wird wissen, was du getan hast. Was? Was ist das? Wenn wir überrascht werden, können wir keine Details haben. Es war ein Lannister-Gaard. Er hat mich mit ihm in der Garten gesehen. Oh, ich weiß. Nein! Du musst dich aufhören. Bleib aus dem Weg. Wie? Du weißt, wer ich bin? Ich bin einfach nicht in mehr Probleme. Und ich... Ich schaue dich. Wir sind jetzt zusammen. Warum stehst du mich? Ich bin eine Freundin, Frau Meere. Mein Name ist Tom. Wir helfen uns, oder es sind beide unsere Hände. Was? Nicht zu sagen, dass es falsch ist. Aber... mit all den Lorden und Königern in King's Landing, du einfach nicht willst, deine Chance für eine gute Beziehung. Oh, danke für die Gäste, du kamst, Sarah. Das Junge. Er mag ich. Er findet eine Chance für ihn zu sprechen. Ich habe einfach nicht das Herz, um ihn wegzunehmen. Also, du hast ihn verletzt? Ich würde nicht die Zeit verletzen. Komm schon. Marjorie erwartet uns in der Throne-Runde. Wir wollen nicht, dass wir zu late sind. Du kannst mir alles über den Herrn Tarwick auf dem Weg erzählen. Na ja... Wenn du wirklich wissen willst... Erstens, sein Name ist Garibald. Und er hat diesen wirklich lustigen Akzent. Er hat mir die cleverste Geschichte über dieses Festivale... Ich weiß nicht, irgendwie traue ich dieser Sarah nicht. Überhaupt nicht. Die ist so komisch. Und ihr Blick war gerade so komisch. Aber wir... Was war das? Du objektest? Das habe ich gehört. Ich... Ihr Grace... Wenn du sprachst, Frau, ich... ... solltest du mit dem du starten. Wir machen wie du solltest, Frau Grace. Und wir spenden die Feast, wenn es dir lebt. Du spendest es, wenn ich es dir. Ich habe es, wenn ich es. Ich habe deine Handmaiden hier auf dem Iron Throne... ...wem sie würde, wenn du dich wählst, zwischen dir und der König. Sie hat dich. Und jetzt setzt sie den König erst. Ich bin überraschend, dass du solche Leidenschaft nicht unterscheiden würdest. Was? Die dreht einem das... Die dreht einem das Wort noch während es im Mund ist. Nichts für meine liebte Joffrey. Lady Marjorie, wir können nicht Augen zu Augen auf alles sehen. Aber ich hoffe, dass du zumindest mit mir agreest, dass unsere Handmaiden ihre Platz wissen sollten. Und das Platz ist nicht mit meinem Bruder Tyrion. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Was hat sie bedeutet, du und Tyrion? Was du tun reflekt auf mich? Wenn etwas passiert ist, ich muss es wissen. Wir haben nur ein bisschen Wein, meine Frau. Drinking Wein mit Tyrion Lannister. Sarah, was du das wissen? Tyrion hat uns geführt, meine Frau. Es war seine Idee, nicht Mirra's. Bitte? Hä, ich verstehe das gerade nicht. Ja gut, dann gehe ich jetzt meine Familie zurück. Ja gut, dann gehe ich jetzt meine Familie zurück. Aber Sarah hat uns beigestanden. Hätte ich jetzt nicht von ihr gedacht. Also, hätte ich wirklich nicht gedacht. Roderick Forrester. Roderick Forrester. Eisenhardt. Jetzt müssen wir uns auch noch damit rumschlagen, ey. Soldiers jetzt? Was soll das jetzt? Was soll das jetzt? Es ist eine Parade von Todesmögen, wenn ich meine Weg bin? Hm. Was ist das denn für eine Frisur? Alter, drück dir das da oben an der Stirn mal aus, ey. Das ist eine Parade von Roderick. Wir haben dich, oder? Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn aussehen? Was soll das denn aussehen? Was soll das denn aussehen? Ich glaube nicht, er bekommt es. Nein, Herr, ich glaube nicht, er macht es. Ihr Bruder Ethan hat es auch nicht. Du bist dein Gehirn. Ich bin jetzt in charge. Und das erste, was du musst, ist, dass wenn ich nicht glücklich bin, niemand ist glücklich. So meine Männer haben übernommen, dass du Great Hall, das ist wo Wolkwater, von jetzt an. Was? Du kannst nicht. Du musst mich übernommen. Ich werde nicht meine Männer schlafen in deinem Bett und schlafen. Vielleicht ist das wie die Forresten leben, aber nicht uns. Ich weiß nicht, ob du bist glücklich oder nicht. Du kannst nicht sagen, Roderick. Und was sagt, du wirst meine Männer richtig behandeln. Ich habe gehört, was du getan hast. Und wenn sie essen Wormy-Bred, dann deine Leute besser essen schlafen aus dem Boden. Ich bin nicht hier, um sie in line zu halten. Ich bin hier, um sie in line zu halten. Wenn deine Männer nicht lieben hier, dann kannst du sie zurück nach High Pointe gehen. Begge ich dich, Roderick. Das ist gegen die Königin. Du hast kein Recht, um zu tun zu tun. Ich habe alle Recht. Wir sind hier unter den Regeln von Roose Bolton. Warten des Norden. Also, ich werde in deine Halle. Ich werde in deine Courtyard. Ich werde in deine Kanzel sitzen und werde in deine Bedchamber, wenn ich nicht will. Bitte, bitte! Du kannst nicht das, kleiner Junge. Du kannst nicht nur was... Du kannst nicht nur was... Du kannst das, was wir hier gemacht haben. Du bist verrückt, Griff. Das ist meine Haus, und du kannst wie ich sagen. Warum soll ich nicht hören, zu einem Krippel mit einem Hörger? Jetzt! Ich und meine Männer werden unsere Platz in deine Halle. Unless du denkst, dass du und deine Armee kann mich verhörst. Nein. Du bist besser als das. Du bist, wo wir sind. Das ist verrückt. Roderick, du kannst nicht die Leute machen. Du kannst nicht in da. Wir können und wir werden. Unless du willst, das alles zu Ende jetzt. Eh? Ich bin der einzige Herr hier. Komm, komm. Ich bin überrascht. Ich war provozierend, und doch ist niemand gestorben. Grif Whitehill. Das ist nicht nur das Fourthborn. Parade in hier, wie ein Quartier-Fuckin-Elo. Es war schlecht genug, wenn es nur die Soldaten war. Wir können nicht mit ihnen leben, unter unserem Ruf. Soilung unser Haus. Ich weiß, du hast versucht, sie zu verhörst, mein Lord. Aber wir können nur diese Aufgabe für so lange nehmen. Unsere Leute werden wir verhörst. Und wie Grif Whitehill kam in. Es ist Bolton, das ist mir schon klar. Das ist Bolton, das ist mir schon klar. Und wir können uns aus der Wir können uns auf die Strecke verhörst, bis hier zu High Point. Wie können wir ein Ruf, dann? Bei Schmutzung der Kopf. Grif ist in der Kopf. Es ist seine Vater. Vielleicht. Aber Grif ist hier. Wir haben ihn. Und sie haben Ryan. Er hat diese Soldaten selbst schraubt. Ramsey Snow hat Eithen verletzt. Was soll die Wighthills von tun das gleiche zu Ryan at Highpoint machen? Du kannst nicht seine Sicherheit forsaken. Aber wir müssen etwas machen. Ähm, hm. Äh, verteile Griff. Rette Rion, ja. Erstmal würde ich den Jungen retten. Definitiv. Wir holen den Rion, und holen ihn zurück. Als er sicher ist, kann er die Wighthills hinweg. Und was von Griff und seinen Mann? Aber wir können nur diese Aufgabe für so lange dauern. Wenn du denkst, dass ich auf Ironrath verletze bin, dann bist du falsch. Mit dieser Familie zusammenhalten wird, Ironrath will stand. Roderick ist richtig. Wir sind nichts, wenn wir den Rion hinterlassen. Dann... Was willst du eigentlich? Ich verstehe da nun nicht. Wir sind nicht mit dem Highthills. Wir haben die Bannermen. Wir haben die Bannermen. Wir haben die Bannermen. Die Bannermen. Die Bannermen. Bannermen. Die Bannermen. Die Bannermen. Sie kommen, aber es ist nicht jetzt. Die Whitehills sind nicht bereit für die Krieg. Es wird nicht lange bevor du kannst, dich selbst zu machen. Ach so, es ist ein Wettbewerb, also habe ich viel zu vorbereiten, und die Leute zu trainieren. Mein Herr. Mein Herr. Vielleicht gibt es etwas, was wir jetzt machen können. Ein von High Point, Gwynne Whitehill. Lord Whitehill's daughter? The very same. After the hells that came from her and Nasher. Despite all that, she's willing to meet with you. I may not be your sentinel, but please consider this. It would be wise to hear what she has to say. Do you think she can be trusted? It's possible, she has other motives. But it's a chance to learn more about our enemies. We need to take it. And I'll make sure no one else knows. For now at least. Good. Handle things right with Gwynne. And she may even help us in High Point. When the time comes. Es kommt drauf an, was die junge Dame von uns möchte. Je nachdem kann ich dann auch handeln. I want the dove pie served with a spoon of lemon cream. We'll have to let the kitchens know. We'll have to let the kitchens know. And these flowers. They're just all wrong in the crown lands. Mirror? Are you listening to me? Lady Margaery. Good tidings to you today. Thank you Lord Tyrion. And you Lady Mirror. A word in private if I may. I'll return her shortly. Who would I be to deny Lord Tyrion? Very soon you'll be the queen. And if you're anything like the current one. You'll deny me all you like. Mirror? I'm sorry Lord Tyrion. But Lady Margaery needs me. Very well. Just know that matter we discussed. A royal decree sits on my desk now. And I'll have my squire Podrick see to it at the first opportunity. I thought you would want to know. Good news on a day that is already blessed. Thank you for telling me Lord Tyrion. Oh one more thing. The most valuable favor is a favor unspent. Perhaps I'll call on you for a dance at the wedding feast. Enjoy the festivities. Goodbye Lord Tyrion. Lady Margaery. Welcome to the family. For better or worse. Lord Tyrion. War das jetzt schlecht? War das gut? Komm. If you'd only shared some wine with Tyrion, why does he come to you now? What's this talk of a royal decree? You know I didn't want you talking to him. Today of all days. I made a deal with him. For the crown to buy my family's ironwood. Think of how this will look. House Forrester already has so few friends at court. And when this decree becomes public, you may find you have even fewer. You disappoint me, Mirror. Oh man, was willst du von mir, Mädel? We'll talk about this after the wedding. Sarah will help me with my gown and hair. Mein Gott, heul nicht rum, ey. Komm mit mir, Sarah. So schlimm ist das jetzt nun auch wieder nicht. Was guckst du so böse? Was will die von mir? Was will sie von mir? Was wollen die alle von mir? Ich schick das gerade nicht. Egal, was du tust, ist es falsch, ey. Ich will wieder zurück nach Walking Dead. Wow. Bring den ja nicht um. Ich war nur... Ich war nur bereit. Das ist gut. Nicht verlieren. Ich verstehe. Your uncle paid you a visit. Was er wollte? Nicht viele Leute passen durch hier. Was bringt ihn so weit? Er... 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 Wir müssen alles hinterlassen, vor allem, wenn du ein Ranger bist. Ja. Ich weiß, dass du mir gesagt hast, dass du mit diesen Männern hattest, aber nicht jeder Bruder ist ein Freund, wenn es zu kommen ist. Und du bist in Probleme, nach dem Wall. Einige von denen du glaubst, bei deinem Seite. Du kennst dich diese Männer. Wer will du dich aufhören? Ich weiß, dass ich dich an, John. Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist das? Es kann nicht sein. Wie ist White hier? Das ist für die Bolte. Es wird ein heißes Essen in der Mess Hall. Und wir werden in der Armour bewerben. Garrod. Garrod, was ist das? Komm schon! Garrod. Wer ist das? Der Mann hat meine Familie verletzt. Was? Snow! Oh, das fällt mir so schwer. Bitte, ey. Mann. Oh Gott. Und er provoziert mich noch. Hm. Hmm, wir werden uns auch wieder sehen. Keine Angst, ich bin da. Ich bin jederzeit wieder. zeit da das gibt es ja wohl nicht ich sage tschüss bis zum nächsten mal